Die Fußball-Europameisterschaft befindet sich in der Endphase. Damit die Reuthener Fußballfans bei uns nicht zu kurz kommen, haben wir uns mit dem Präsidenten des FC Wacker Innsbruck getroffen. Der Traditionsverein und zehnfacher österreichische Fußballmeister findet sich nach einigen Querelen der Vergangenheit aktuell in der 4. Liga wieder. Wir haben uns mit Hannes Rauch über die Gründe für den Absturz, aber auch über die Zukunft des Vereins unterhalten.